so liebe gaming freunde herzlich willkommen hier bei johnny and friends gaming mein name ist nils und es gibt mal wieder news denn die news sind bei euch gut angekommen dann machen wir einfach mal weiter hier news zum thema disney dreamlight valley und natürlich auch zum neuen update hier a rift in time wir gehen mal rein so wir sind hier auf x twitter und hier ist auf dem account von disney dreamlight valley und wenn wir da mal ein bisschen runter scrollen hier dann haben wir hier eine schöne übersicht über eine content map die mir ganz gut gefallen hat denn sie ist sehr übersichtlich und zwar ist die aufgeteilt das war mir so gar nicht bewusst wie das hier jetzt zukünftig abgeht es wird grundsätzlich unterschieden zwischen free update und paid update das finde ich sehr interessant das bedeutet im dezember am 5 dezember 2023 beginnt ja offiziell das spiel es wird angeboten die beta läuft am 4 dezember 2023 aus welcome the pumpkin king to the valley and end of the valley verse with your friends also hier kommt ein jack rein und gleichzeitig beginnt dann hier unten explore eternity isle also wir können dann die insel betreten and meet rapunzel gaston and eve on your island adventures deswegen haben die a jack reingebracht das war mir nämlich vorher gar nicht so bewusst ja jetzt können wir also dann auch ganz klar erkennen diese zweiteilung das finde ich sehr schön und sehr vor allem auch sehr übersichtlich denn jetzt weiß ich aha jetzt weiß ich warum hier zwei neue charaktere reinkommen nämlich hier dann im late winter also noch dieses jahr dieses jahr freunde kommt noch hier mr glotzkowski rein mike glotzkowski von monster inc und im early spring kommt dann daisy rein das heißt early spring ja februar märz je nachdem muss man gucken wie sie sich das vorgestellt haben und mit diesem spring also early spring datum kommt auch hier dann im paid expansion genau so heißt es ist es kommt dann eben hier raus explore ancient landing to uncover more of its secret and befriend a very lucky villager das heißt wir kriegen hier daisy rein und wir kriegen hier einen neuen bewohner im bezahlbereich rein das heißt wir haben hier einen neuen charakter plus drei sind vier fünf sechs mindestens noch einer sind sieben ich kann mir das alles gar nicht vorstellen sieben neue bewohner sollen da reinkommen drei vier fünf sechs sieben da kommt hier der achte rein und dann irgendwas hier noch late spring das ist dann schon april mai irgendwas in der gegend rum mulan soll da reinkommen und dann kommt ja noch die nächste prinzessin rein also das dorf wird so voll dass ich habe mich wisst ihr ich habe mich noch damals gefragt wo ich im schloss war habe ich mich gefragt wie wollen die denn das alle wie wollen die das voll kriegen vor allem bin ich ja mal gespannt hier muss man ja tatsächlich mal eine tür öffnen bei daisy wissen wir es nicht bei mr glotzkowski wissen wir es eigentlich auch nicht genau und beim pumpkin king da bin ich ja mal gespannt ob wir da türen öffnen müssen denn da sind ja noch so viele türen offen oben im schloss die wir zu öffnen haben also da ist richtig was los na drei vier fünf sechs sieben acht neun neue bewohner das ist ja der hammer zum thema hier schädelfelsen haben eigentlich auch nichts mehr großes mitgekriegt also ja muss man mal gucken wie das abläuft weil ich habe ja eigentlich den schädelfelsen in verbindung gebracht mit jaffar ich habe gedacht da kommen wir mal rein da müssen wir irgendwie nach unten gehen so wie bei aladdin und dann finden wir die wunderlampe und dann kriegen wir den stab so habe ich mir das eigentlich vorgestellt ja das bin ich auch sehr sehr gespannt vor allem wie sie das ich glaube den werden wir auch über eine tür reinkriegen den mike ja das war so mal zum thema content roadmap finde ich sehr schön aufgeteilt das wird wahrscheinlich jetzt dann immer so sein dass man zwischen free update und paid expansion hier unterscheidet man muss ja dann immer auch sagen dass die leute die nur den free update kriegen dass die dann die bleiben ewig auf der basis insel hängen na ja nun gut dann gehen wir mal auf reddit jetzt ladies and gentlemen wir sind jetzt hier auf reddit und ich habe hier gleich einen post will you buy the expansion pack why will you want you also möchtest du das erweiterungspaket rift in time von disney dreamlight valley kaufen möchtest du es kaufen oder willst du es nicht kaufen und da würde ich gerne mal reingehen ich würde mir das gern mal anschauen was die leute hier so schreiben ich halte mich an die richtlinie von einen dollar die stunde damit sich ein spiel lohnt bekomme ich 30 stunden vom gesamtinhalt des passes leicht klacks außerdem braucht mein armer liebster kleiner gartenroboter seine freundin und ich brauche ihre freundschaftsbelohnungen also das mit der eine stunde ein dollar pro stunde gut kann man machen ich meine ich habe jetzt als youtuber über 800 stunden disney dreamlight valley und ich meine der normale wird jetzt der normale spieler wird jetzt natürlich nicht 800 stunden disney dreamlight valley spielen aber man bekommt mindestens 300 400 stunden als normaler mensch locker zusammen das alles zu spielen ein bisschen zu bauen ein bisschen hier das alles durchzuspielen die ganzen quests das ist ja viel und ihr dürft ihr nicht vergessen es wird ja immer mehr das wird ja wie in world of warcraft wo man wenn man da zwei drei jahre später einsteigt dass man da ganz schön zu tun hat um das alles in ruhe nachzuspielen also das wird schon echt der hammer und da würde ich auch sagen dass sich das auf jeden fall lohnt warum glaube ich dass ich deshalb in der erweiterung enthalten ist weil dasselbe ich habe um ive gebettelt nachdem ich wohl zum ersten mal iva sagen hätte das gleiche bricht mir jedes mal das herz ja das stimmt sie tun das definitiv mit absicht weil sie wissen dass wir sie wollen naja mein gott leute ihr dürft ihr mal nicht vergessen auch disney disney pixar und gameloft wollen geld verdienen ähm und 30 euro leute 30 euro für eine erweiterung ist jetzt wirklich kein geld ich habe mir das ein paar mal überlegt man hätte auch locker 40 euro verlangen können ja denn wie gesagt man hat mehrere hundert stunden die man da locker spielen kann wenn man disney dreamlight valley spielt es kommen ja immer wieder content nach mir gefällt diese berechnung kürzlich habe ich jemandem erzählt dass ich mario wonder zwar gerne kaufen würde es mir aber schwerfällt die zahlung von 80 us dollar für angeblich 14 bis 18 stunden inhalt zu rechtfertigen ja muss man halt auch nicht mehr abwägen ne das ist immer ganz individuell wenn jemand ein sehr großer fan von mario wonder ist oder egal wenn man es abstrakt hernimmt ich würde mir vielleicht auch ein spiel von walley kaufen das teuer ist aber ich will einfach walley spielen ja andere leute wollen das nicht dann ist es absolut komplett in ordnung das ist individuell jeder ist da anders drauf und 80 us dollar ist halt ein haufen geld für 18 stunden spielen muss man dann selber entscheiden als eltern bespreche ich gerne auf diese weise videospiele und deren wert für meinen sohn heutzutage überschreiben nur noch wenige diese schwelle pokémon scharlach rot-violett ja der dlc kaum aber shields world waren die harten lektionen die sich nicht lohnen ja gut das weiß man immer erst im nachhinein ob sich ein spiel lohnt das ist ja wie gesagt individuell den einen gefällt das spiel das anderen gefällt das spiel nicht man hat sich mehr erwartet man hat sich weniger erwartet das ist immer total schwierig wow so habe ich noch nie darüber nachgedacht mir wurde bewusst wie viele stunden unterhaltung mir dieses spiel im vergleich zu anderen spielen bietet ja schauen wir mal was hier vanilla müsste schreibt absolut ich habe die große schicke gründer ethischen bekommen weil ich ziemlich spät beigetreten bin letzte woche und ich habe etwas zeit damit verbracht sicherzustellen dass ich den star pfad fertigstellen kann also den sternen pfad und dann die ursula und der wally e paket gekauft denn das sind nur stunden voller inhalte und quest und kosmetiker und so ich habe noch etwa 13.000 mondsteine übrig und hebe diese für einen regnerischen tag auf mittlerweile bin ich rund 30 stunden damit beschäftigt diesen preis abzuarbeiten habe aber noch jede menge zu tun also mache ich mir keine sorgen okay also ich war nie der typ der gesagt hat ich muss jetzt ein spiel abarbeiten oder einen preis abarbeiten also auf die idee zu kommen ein spiel abzuarbeiten hatte ich nie gucken wir mal weiter oh das ist eine gute politik ich hasse es wenn ich 60 dollar für ein spiel ausgebe ohne es in 30 stunden durchspiele aus diesem grund bestelle ich normalerweise keine spiele vor und warte ab wie lange es bei den anderen dauert okay es ist aber jetzt keiner da der sagt ob er es kauft oder nicht kauft ah ich werde es auf jeden fall kaufen weil fünf neue charaktere charakterpakete kosten jeweils 12 bis 15 bis 16 us dollar im früheren free to play stil 45 zusätzliche belohnungen für freundschaftsstufen drei zusätzliche inhaltsaktualisierungen drei neue zusätzliche biome automatische automatisierte aufgaben was meint er denn damit 5000 mondsteile und das alles für 30 dollar man kann die dollars in euro umwandeln hätten sie nie die chance gehabt für nur 30 dollar so viel zu bekommen das ist richtig du sagst so viel über free to play es gibt keine möglichkeit dass dieser gesamte inhalt nur 30 us dollar kosten würde wenn er free to play wäre alles im spiel würde geld kosten außerdem erhalten wir immer noch jede menge kostenlose inhalte die zum basis spiel gehören ja sie sollen später auch ein kartenspiel hinzufügen etwa etwas das einfach zu spielen ist wie uno ja es kommt ja ein spiel tatsächlich rein das war ja eine totale überraschung mich würde echt mal interessieren wie groß dieses team ist was an disney dreamland valley arbeitet wie viele teams das sind und wie viele mitarbeiter das würde mich echt mal interessieren gif normally one two schreibt ich möchte dass sie das kolosseum des herkules oder etwas hinzufügen indem man gegen handlanger schurken und helden kämpfen kann ich möchte zwar keinen vollständigen kampf aber es gibt genug schwerer und kämpfe und dinge in disney die man im kampf spielen sollte es gehört zum leben eines kindes dazu so zu tun als hätte man abenteuer und andere dinge und ich denke die sollten einen weg finden das zu integrieren aber ich denke auch dass sie schatzkarten und schätze hinzufügen sollten viele schöne ansätze kleine kämpfe kämpfe ist halt immer schwierig in disney dreamland valley weil es ist ja mehr eigentlich mehr ein friedliches spiel da gibt es viele viele möglichkeiten das mit kleinen spielen wäre nicht schlecht mit schatzkarten so eine schatz suche wäre eigentlich auch mal nicht schlecht na ja so also sowas wie mit diesem regenbogen fuchs nur halt offiziell na das der regenbogen fuchs lief ja eigentlich mehr inoffiziell könnte ordentlich sein seit sie star wars besitzen vielleicht sogar einige kendo ähnliche lichtschwert duelle mit spielzeug lichtschwertern aber ich verstehe wenn sie nicht wollen dass disney dreamland valley sich in gewalt vertieft haben sie damit höchstens mit der spitzhacke ein paar pappfeinde und drachen in den minen für den vanillope quest zerschlagen die wiederverwendbaren gegenstände sind obwohl ja ich glaube brettspiele und kartenspiele könnten das mindeste sein was sie tun könnten hochgeschwindigkeitsspiele können schwierig sein da ball sportarten nicht zu erwarten sind aber vielleicht könnten sie ein einfaches fußballtorschießen durchführen wow meinst du tatsächlich dass dass man die pappfeinde also und den den pappdrachen nur eingeführt hat weil man keine kämpfe haben wollte es war meiner meinung nach erstens mal sehr sehr kreativ mit diesen pappfiguren es war kreativ es war lustig und es war einfach man musste nichts programmieren also jetzt nicht irgendwie ein drachen erst alles generieren im livestream wurde in der erweiterung ein springler bewässerungsmaschine gezeigt es sieht so aus als könnten wir jetzt patch cooking durchführen ja keine tiere du bekommst erdbeeren ich glaube wir bekommen drei neue tiere ja wir bekommen mindestens vier affen wir haben ja die wir haben ja den weißen den schwarzen affen dann hat man den gecheckelten affen und den braunen affen dann hat man die cobra cobra hat man noch na also schlangen mindestens zwei schlangen haben wir gehabt dann noch eine normale schlange affen kobras wasserschweine ach so ja genau dann haben wir ja noch unser süßes kleine wasserschweinchen sollte sein okay eines für jedes neue biom in der erweiterung gaston ja ive rapunzel jafar kommt später muss man aber für jeden erweiterungspass bezahlen das ist die beste frage erste frage die in der vitrine erklärt werden musste aber selbst wenn sie es uns gesagt hätten wir könnten wir könnten wir wissen dass sie das in ein paar monaten nicht ändern wie oft zahlen wir die erweiterung es ist ein season pass bei dem man alles was in einer bestimmten zeitspanne veröffentlicht wird zu einem preis bekommt oder es ist ein pro dlc preis auf die idee bin ich noch gar nicht gekommen also ich gehe davon aus ja das ist alles mit drin weil sonst hätten sie es ja mit reingeschrieben wir haben ja vorhin am anfang des videos die die übersicht gesehen was ist frei und was bezahlt und da wäre ja drin gestanden wenn das zum beispiel ganz am ende was weiß ich wenn schafar reinkommen wenn das geld gekostet hätte dann hätten sie das mit reingeschrieben rapunzel und ive waren von anfang an auf den bildern zu sehen so ist es das weiß ich nicht rapunzel war die schon relativ am anfang auf bildern zu sehen das müsste man mal abklären eva wann war denn eva das erste mal auf bildern okay das ist natürlich verständlich wenn das so wäre die leute hätten gedacht die kommen noch mit rein free to play und jetzt müssen sie dafür bezahlen ich glaube es handelt sich um eine einmalige zahlung von 30 dollar für den gesamten erweiterungspass das glaube ich auch so ist auch verstanden endlich mal einer der aufs thema eingeht hier ich werde die erweiterung aus drei gründen kaufen die biome sind wunderschön und es gibt viel zu entdecken die handlung ist wirklich gut und ich kann mir vorstellen dass die freundschafts quest für ive rapunzel und gaston genauso gut sind wenn nicht sogar besser sein werden als die freundschafts quest der vergangenheit aber ich würde diese freundschafts quest jetzt nicht mit den aus der vergangenheit aufwiegen wollen sind halt anders und die entwickler werden ja auch immer besser das heißt die freundschafts quest können durchaus besser werden oder anders werden die neuen schmiedebaren gegenstände also erdbeeren kommen rein ja zimt kommt rein feigen und die möglichkeit für rezepte und herstellbare gegenstände okay ganz zu schweigen von einem vollständig neuen artikel limit baulimit meinst du dass das neu wird und der möglichkeit dekors haus zwischen den neuen und alten biomen zu verschieben okay dank den göttern dafür ich kann es kaum erwarten die neuen biome zu dekorieren und die tatsache dass es mit der königlichen sanduhr verborgener schätze auf der eternity isle und im disney dreamlight valley zu finden gibt okay kann man die schatz suche tatsächlich auch in dreamlight valley im im basis spiel spielen absolut ich habe das gefühl dass ich bisher mehr aus dem spiel herausgeholt habe als mein geld wert war und mit den dlc sieht so aus als ob mir das auch problemlos gelingen würde okay ja ich werde es mir kaufen weil ich ein idiot bin ja selbst erkenntnis so ladies and gentlemen würde mir sagen da machen wir dann gleich im nächsten teil weiter weil das ist natürlich schon hoch interessant zu sehen was die anderen hier dabei so sich denken wenn es um den kauf von a rift in time geht ja ich würde es mir auf jeden fall kaufen denn ich will es ja auch spielen ich will ja auch videos drüber machen also wer da weiter auf dem neuesten stand sein möchte ihn lade ich an hier meinen kanal zu abonnieren und zwar johnny and friends gaming hier auf youtube ich freue mich auf euch bis dann euer nils ciao schönen tag noch tschüss